In dem Video wollte ich mal erzählen, was ich mit den leeren Klopapierpatronen mache. Ich will nämlich keinen Papiermüll im Bad haben und ich will auch nicht wegen jedem blöden kleinen Kloröhrchen zu meinem Papiermüll laufen, also das aus dem Bad in die Küche tragen. Deswegen habe ich mir folgendes angewöhnt. Ich habe nämlich 24 Stück von den Dingern aufbewahrt. Da war ich lange für auf den Klo. Was ich nämlich mache, ich habe eine da und wenn ich dann eine zweite bekomme, dann drücke ich die eine ein und mache sie in die andere. Hier habe ich schon vier oder fünf ineinander und so bewahre ich die einfach auf, bis dieses Ding so voll ist, dass ich keine weiteren mehr drücken kann. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal, wie viele kriege ich denn maximal so in sich zusammengefaltet. Das sind jetzt zwei. Jetzt drücke ich die zusammen. Drei, vier, fünf, sechs, so sehen sechs aus, sieben, acht, jetzt wird es eng, neun, zehn. Ich glaube, viel mehr kriege ich nicht rein. So sieht ein zehnfach in sich selbst gefaltetes Kloröhrchen aus. Kriege ich vielleicht noch eine Elfte? Ja, gerade so. Na gut, dabei lasse ich. Jetzt habe ich hier elf und jetzt habe ich hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun, zehn. Ich versuche mal bei dem auch noch ein Elften. Elf, hier zwei so eine Bieste. Und die werden jetzt leicht. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster und sieben. Sehr schön. Also so zehn ungefähr kriege ich in so ein Ding. Und dann habe ich mir jetzt quasi, wenn ich das bei mir im Bad mache, habe ich mir dann, wenn ich zehn reinmache, habe ich mir neun Gänge gespart. Wobei, jeder Gang macht schlank, jedes Bewegen ist eigentlich gesund. Eigentlich habe ich hier gerade einen schönen Mechanismus gefunden, mich um wertvolle Bewegung zu bringen. Aber egal. Es ist lustig. Außerdem ist es Kunst. Oh, was für ein Kunstwerk. Ich bin ein großer Künstler. Ich stelle es bei Ebay rein. Das war's jetzt bei Klopapier Lifehack. Also, bei Klopapier Lifehack. Vielen Dank.